Ich bin Guido Buchwald, Fußball-Weltmeister von 1990 und Ehrenspielführer des VfB Stuttgart. Ich war in der Vergangenheit sehr oft in Kreisheim bei Benefizveranstaltungen, aber auch mit der VfB-Relationsmannschaft bei Spielen, wo ich immer sehr viel Freude gehabt habe. Jetzt habe ich von dem 24 Weihnachtswunder in Kreisheim gehört, was eine ganz, ganz tolle Sache und Angelegenheit ist. Deshalb unterstütze ich die Aktion zu 100%. Es gibt nichts Schöneres, wenn Unternehmen, die gerade auch in der Corona-Zeit schwer zu kämpfen haben, sich für sozial schwächere Familien und Kinder einsetzt. Deshalb unterstütze ich das zu 100% und hoffe, dass es eine ganz, ganz tolle Erfolgsstory sein wird. Es gibt nichts Schöneres, Kindern zu helfen, ein bisschen Freude zu bereiten und gerade in der schweren Zeit, in der Corona-Zeit, in der Vorweihnachtszeit, den Kindern etwas Positives mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und hoffe dann natürlich auch auf ein viel besseres Jahr 2021. Euer Guido Buchwald Wenn ich mich, viele binde, uns zu laborieren will,